Torgast Jedes Mal, wenn ich in Torgast hineinblicke, blicken boshafte Augen zurück. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das Risiko wird immer größer, aber wir dürfen nicht nachlassen. Ich muss näher werden. Ich muss näher werden. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Es ist zu weit entfernt. Ich muss näher werden. 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 Kannst du auch tun? Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. 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 Das war's. Schlundgänger, habt ihr euch verirrt? Eine Dunkelheit, zieht auf. Ich habe kein Ziel. Einbringlinger in meinem Reich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Seid auf der Hut, er spürt uns. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut gefeischt. Ich bin ein Prinz der Tür. Ich bin ein Mund, der anbelangt. Ihr seid immer ein geschätzter Kunde. Ihr seid immer ein geschätzter Kunde. Ihr seid immer ein Schatz. Endlich. Die Qualen sind vorüber. Ich habe genug von diesem Ort. Gehen wir. Ich brauche einziehen. Ich erinnere mich, als wäre es schon lange her, seit dem Kerkermeister entkommen. Ja, es wird deutlicher. Der Portalstein. Unser Weg hier raus. Ich muss zuerst etwas anbieten. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin froh, dass ihr wieder da seid, Thrall. Agra und der Lord Regent werden es sofort erfahren. Ich habe das Schlimmste befürchtet. Bane und ich kennen die Schrecken des Turms. Die Dinge, die ich dort gesehen habe. All diese Qualen. Die Schrecken des Turms. Vielen Dank.